Herzlich willkommen liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße dich recht herzlich zu NHL 19, zu der Saison mit den Red Bulls aus München. Ja, ich hoffe, ich gehe jetzt allen gut. Ich habe es bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, wir haben einen 3 zu 0 Sieg gegen Schwenningen zu Hause erreicht. Deswegen freue ich mich ja ein bisschen. Schwenningen hat aber gut gekämpft, habe ich doch in der letzten Folge auch gesagt. Und ja, und heute spielen wir gegen die Straubinger Tigers am Pulverdum. Schon Pulverdum? Ja, ich glaube schon. Pulverdum hast du. Sind wir zu Gast am Pulverdum? So glaube ich wäre es richtig. Hier ist das Oberbayern gegen Niederbayern, oder? Ich bin kein Barger, ich bin kein Deutschland, ich wohne auch nicht in Deutschland. und deswegen kenne ich mich da nicht aus, weil ich jetzt mal für jedes Spiel extra von Tirol nach München fahre. Also für jedes Heimspiel. Weil wenn es eh das Video seht, bin ich noch in Urlaub. Ich bin Mike Emmerich, ich bin Mike Emmerich, ich schaue mich an ein Hockey-Game, das wahrscheinlich zu sehen ist, dass wir uns in der letzten Folge sehen können. So, schauen wir mal. Wir sind gelaufen gegen Straubingen. Wir sind gelaufen. Wir sind gelaufen. Er hat eine große Chance, dass wir da oben schießen können. Und er hat es gemacht, aber es war entwürdig. Die Munichs über den Puck fliegt. Er hat es in der Körner. Er hat er in der Körner. Ah, Straubingen geht auf Angriff, Straubingen geht, Straubingen geht auf Angriff, das ist schon mal, das gefällt mir schon mal gut, dass Straubingen richtig auf Angriff geht. Sie machen, sie machen das richtig gut, bauen wir mal einen Angriff neu auf. So. Wie geht die durchspielen? Oh, ist egal. Nein, das funktioniert nicht. Jawohl, ich habe ihn schon, ich habe ihn schon. Nein, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Jetzt spielen wir. Jawohl, erstes Tor für München in dieser Partie. Jetzt haben wir, Doc, dass wir das erste Mal wiederholt haben, das erste Mal wiederholt haben. Ich weiß ja, ich habe jetzt nicht, dass ich es jetzt mache, dass ich das voll verstehe, aber haben wir nicht bei der letzten Begegnung zwischen München und Straubingen, also bei der letzten virtuellen Begegnung, drei Schlägereien gehabt auf dem Eis, was jetzt mal Straubingen angefangen hat, oder täusche ich mich da, also das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mich da täusche, aber Minimum war es eine Schlägerei, was Straubingen vom Eis gebrochen hat, aber sie haben genauso Druck gemacht, als wir da, das hat sich glaube ich nicht geändert, meine Spaßfreunde, ich glaube nicht. Begegnung, feeds the point. Muscled long to Boyle. Just a backhand. Missed with the shot! He's in the slot, the puck's on his stick, and he just missed. It's a tough break on that play. Straubing's taking advantage of the delayed call. The goalie is off. Shoots one. Terrific save. Parks will be boxed, two minutes for slashing. The Tigers are going to try out their power play for the first time of the game. Solid clean win. Hold the power plays excited to get out there. Those guys just about scrambled onto the ice, as they get their initial chance of this game. Let's hit go. Grabbed. But Narchuk slashed on the play, and there'll be a penalty coming up. Play stopped. Penalty coming. Power play done. Okay. Ich wollte gerade wissen, wer was wie und wo. Wir haben dann ein kurzes Powerplay gespielt. So, zweites Drittel, zweites Tor hochfährt einmal. Hm, meine Sportsfreunde. Schauen wir mal, wer's denn zum Pulverdum geht. Ja, wohl. Oli Hoden. Oli Hoden. Nein, 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 nein. Was mach ich denn? Haha, ich hab's früher gemacht. Geh, mach ein Gullyfeld. Haha. Ich hab' ihn geplant. Ich hab' ihn geplant. Uhuhu. Ich hab' ihn geplant. Ich hab' ihn geplant. Wär er jetzt der Let's schon im Tor gewesen, dann hätt' man das wiederholen können, was schon mal war. Vor ein paar Jährchen. Ha, 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 ha. Critical end of the ice. Got it at the point. They can't find the target. Munich's back in its own end, trying to work forward. Brings it in for an attack. A backhand shot. Did what he's made to do. The Tigers are skating it back in their own end. On the right wing now. To the point it comes. Fires. He got in the lane of the shot and blocked it. Mitchell. Jetzt er, to is er. Kaun. Kaun. Ja, H-Meat. Schauen wir mal, ob man das Powerplay nutzen kann an meinen Sprungsfreunden. Straubing macht das gut, sie machen das verdammt gut, die Straubinger Kai. Aber trotzdem sind wir 1-0 fuhren. Aber ich weiß schon, es kann sich noch alles ändern. Es ist erst das zweite Drittel. Es hat sich oft schon ein kurzes Vorschluss geändert. Virtuell und in der Realität. Das war jetzt ein Lack. die tor gewesen aber nicht sein soll ok ob sie jetzt Ich bin nicht nervös, ich bin nicht nervös. Das Bock war ja schon mit Klingenschutz, war das Torzum. Wofür damit? So, Adelshauser. So, jetzt Adelshauser. Da ist Adelshauser. Es gibt's ja nicht. Offside. You're not gonna beat a goaltender of this caliber with that shot. That's a pretty easy block or stop. Just over five minutes to be skated in the second. It's a 1-0 game. Just a backhand. Wonderful save. Good save. Driving in from No Man's Land. Great poke check there. Slid to Williams. Let's it go. Blocked. Shoots Arrester. And yet another save. How does he do that? I'm not sure how he stopped that first one. So, Mitchell, 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 Mitchell. Mitchell, 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 Mitchell. Auch nicht. Wir brauchen ja gerade noch... ...eine Tour zu moschen. ...to show love for your team. Don't forget... Munich's goaltender may not be superstitious. You might be. S-H-U-T-O-U-T. Through the end of this period anyway. And here's why. More in a moment. Third period about to begin. What did you think of the second? The Tigers are lucky to still be in this game. They've been outplayed in a lot of areas. Especially with the time of possession. But one lucky shifter, one lucky bounce. They're right back in it. Many yards gained to Oli. Munich's getting in their own end. Trying to get to the neutral zone. But I don't know. He's got it. Crosses that line. Shoots one. Bring it off the post. And the Michi has no more. Versuch Nr. 2 from KPD Michi Wolf. No. No. Solid work there by Oli. A point blast. Saved there. Pitching this one to Mitchell. And in flight over the line. Ah. Ah. Tassassassassassass. Gibt's ja nicht. Zumindest spielen wir schon mal ganz gut zusammen. Zumindest spielen wir schon mal ganz gut zusammen. Zumindest spielen wir schon mal ganz gut zusammen. Using the point. He's got it. Santering. Off the glove. Oh Mitchell. Unix looking to head man up the wing. A backhand shot. Score! 2-0. Ja, ich wusste, dass ich immer 2-0 kriege. Jetzt bin ich schon mal ein bisschen beruhigter. Straubingen ist nämlich gefährlich. Ich kann das nur mal ganz nicht gut ziehen. Zum Schluss. 1-0. Bruteius. 1-0. Noch ein Powerplay, noch ein Powerplay, jetzt muss Straubing gut zirkeln. Jetzt haben sie am Anfang so viel Druck gemacht, dass jetzt die Luft raus ist, oder? Wie ist jetzt das gegangen? Wiederholung bitte, ich mache gerne eine Wiederholungsserien, ein bisschen Slow Motion. Wie ist jetzt das gegangen von Cahun? Der Gohli hat einen Abbraller gemacht und mit dem Umadran hat er sich reingeschossen, oder? Ein Eigentor vom Gohli, sozusagen. Das war ja schon ein Torschuss. Ja, jetzt hat Straubingen richtig Druck. Und ich hoffe das jetzt... Der Ball positioniert. . 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 1 Sekunden nur, ich habe keine Angst mehr, dass ich das verliere. Und Sieg! Das gibt mir jetzt ein bisschen zum Kämpfen, Schwenningen mit 3 zu 0, Dahoam besiegt. Hat sich sehr wenig geschossen bei Mannschaften, also meine lieben Sportfreunde, also es ist nicht böse gemeint, also es gibt mir zum Denken. Hier haben wir Blaus X. Wir haben Blaus X und XH für die Playoffs qualifiziert. Okay, wir haben uns für die Playoffs schon qualifiziert. Okay, wenn wir uns schon mal für die Playoffs qualifiziert haben, jetzt schauen wir mal nach, wie es dann auf die unteren Rängen ausschaut. Hat sich nicht viel geändert. Jetzt kommt Krefeld nach. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt, an diesen Spieltages angelangt, meine lieben Sportfreunde. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, über den einen oder anderen, also nochmal als Spiel. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Wer will, kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, damit das auch nichts mehr nice verpasst. Dass auch nichts mehr nice verpasst. Aber es ist mein System, das ist alles freiwillig, ist kein Muss, kein Zwang, keine Verpflichtung mir gegenüber. Ich würde mich heute freuen, umso mehr wahre Sportsfreunde hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch auf alle Fälle nur einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, einen recht schönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du das Video schaust. Vergesst mein Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache feind. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Spiel bin ich wie eh es doch wahre Sportsfreunde. Und mit uns kann man doch normal über jedes Eishockey-Spiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen bleibt mir gewogen und vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Servus.